Ein herzliches Willkommen bei Stefan zu Gast. Ja, heute bin ich mit dem Bus, quasi für euch, auf dem Berufsschulcampus nach Mühlhausen gefahren, in den Unstruth-Heinlich-Kreis. Und hier geht es morgen am Samstag, dem 26.09. um die BBK, Beruf, Bildung, Karriere. Ja, wie ihr sehen könnt, ist der Aufbau schon im fröllen Gange. Es geht bei der BBK um Ausbildungsplätze, Arbeitsplätze und natürlich um Weiterbildung. Und ihr habt morgen die Möglichkeit, morgen am Samstag von 10 bis 15 Uhr diese fantastische Messe hier in Mühlhausen zu besuchen. Ich sage, das war's schon wieder bei Stefan zu Gast und verabschiede mich und hoffe natürlich auf euch morgen hier. Bis dahin, Servus Tschüssi und macht's gut.